Hallo, herzliche Grüße aus der Markthalle. Ich muss jetzt noch mal grüne Soße besorgen und siehe da, dann seh ich doch hier den Osterhasen. Da geh ich jetzt doch mal hin. Was sagt man da? Schön. Das ist ja eine wunderschöne Aktion für die Kinder. Ja, ganz toll, klasse, ja, schön, freut mich. Dann wünsche ich schöne Ostern. Ja, Prost, vielen Dank. Okay. Dann muss man einfach dann nur die Schale abspülen, abwaschen und dann abwaschen. Das habe ich mich auf Instagram gesehen und das hat mich sofort interessiert. Guten Morgen. Schön. Für meinen YouTube-Kanal. Ach ja. Ja, das war's. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018